da hallo liebe Community, Family und Zuschauer ich bin's wieder. Game on the come mit der 51 Folge von Cutier 2 rage burst Was für ein schöner Fang, erstmal ein paar Schüsse gegen ihn. Oh, machst du es nicht, wenn man da nicht auf den Schwanz haut? Und Maschinen auf die Schnaufe. Oh, zack, zack, zack. Also ich frage mich echt, wann Romeo ist eine Flugkraft dabei. Oh, Moncom. Oh, okay. Oh, okay. Ich weiß, dass du auf mich losziehen wolltest. Oh, das hat das auf den Kopf hier. Ja, die Tour ist voll wieder. Und wieder ein Schnitt. Oh, du und deine Ernährung stehen. Jups. No. Ja. Alter, ich hab dir nur in den Stromversauger geh. Nix da, du frisst mir nix. Du nicht, du hast mich schon genug gejagert. Nix. Ja. Ja. Ja, da spring ich in so'n Maul. Okay. Ja. Und da. Ja. 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 Und da ist das. Alter! Meine Fresse! Ich haus dir auf dem Kopf dein Schuh hier! Voll auf die Schnauze! Voll auf die Schnauze! Voll auf die Schnauze! Eins, zwei, drei! Das böse, böse Krokodil kommt vorbei und ist tot. Mal haben wir den Reben nicht früher gemacht. Blöde, der ist... Ist das schwer? Oh, ich heim mich mal. So bin voll geil. Hier, es war nix, ne? Nö. War hier nicht nur was? Äh, dann halt nicht. Peter hier, Pyro Meister. Verschließend eine RP. Absach. Oh, das klingt schon mal nice. Ja, der Kabel wird drunter. All right, everyone. Eat up and enjoy. Is this what you meant? Mhm. I call them really random restor- Well, the last one did turn out really great, Nana, but... I don't know if I trust this one. Makes sense, though. The last one was great. Thus, this one will be great. I suspect this will be a taste unlike any I've known. Does everyone have one? Oh, come on! Down the hatch, guys! So... It's... It's sweet. Like a marshmallow. This is amazing, Nana! Mine tastes just like melon soda! It's sour! So much sourness in one small pill! Oh! You got umeboshi, then! It's traditional food here in the Far East. Traditional? Uh... All right. I will learn to lo- Uh... I don't know what mine is. It's a mild flavor. Kind of like... Hmm... Mine is bitter, but certainly a strong flavor. So I made it so that marshmallow and melon soda are lucky. Then lemon, then cream of course. So... Who got the unlucky ones? Uh... Captain Koda? Nana. Hi. I think I know which one you got. I kind of just tossed a bunch of stuff in a bowl and let it ferment. Uh... Uh... Nana, how could you... Uh... What flavor was yours, Vice Captain? Grüßer Bosch. Süßer Tee mit Milch. Ah, that one's kinda lucky. Maybe your missions will go okay for a while. That'd be nice. So awesome. That went just like I hoped it would, guys. Who wants another one? No more, please. I... Actually... Huh... Haha... Haha... Ja, die Pille, die... Nach allem schmeckt, was sie schmecken kann. Alles klar. So... Romeo hat einen Vorschlag für die nächste Mission. Und anscheinend war der Nana miteinander in Lounge. Alles klar. Romeo. Also gut, ich habe gerade über die Strategie, die meine nächste Mission miteinander nachgedacht. Meine Wuchtklinge und Nanasama ähneln sich. Was... Ihnen an Schnelligkeit fehlt, macht sie durch Angriff der Gewirrwelt. Während ihr euch... Also um die Aragami kümmert, nehmen wir ihre Schwachstellen im Visier und erledigen sie. Aber wenn ich meine Blutkraft da gewählt, werden die Aragami für meine Blutkraft angezogen. Oh, okay, verstehe. Das ist halt... Das ist kein Problem. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Also, im Grunde alles wie gehabt, oder? Äh... Ja, schätze ich schon. Okay, kommen wir jetzt zum Ende. Macht euch all bereit, damit wir auswählen können. Okay. Okay, Romeo. Wenn du das Kummer haben willst. Und... Auswählen. Und los geht's. Hm. 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 recht zum näher gekommen was und fressen Was sagen? Pressen. Was sagen? Pressen. Coordinate data incoming. Midsize Arigami spotted. It's making its way to the battle. Three minutes to the mission area. Here are the estimated arrival locations. Launches. They're weakened now. Are you going to attack the enemy? Let's go. The weakness. Oh man. A cover still. A cover still. Oh man. Jo, komm. Schon wieder fressen. Fressen. Warte mal. Töten, fressen, töten. Fressen. Fressen. Hier lieben es Morte. Heckstein. Heckstein. Alter. Aduh ja ich hasse es wenn die Aragami so runterhüpfen die Kängurus da unten wartet noch ein zweiter jetzt das ist die 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 das die 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 Ah, ich kann hier. Das war das. Oh, lauf nicht, dann nicht weg. Ich fühle mich langsam gemobbt. Oh, das war das. Ja, ja, ja. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, haben wir die wehgetan? So tut uns gar nicht leicht. Ich bin ein besserer Schützer. Oh, das war das. Oh, das war das. Ich hasse es. Ey, kein Wunder, dass sie da nicht geklappt werden. Ich bin noch auf die gleiche Schöne. Und mischen, komplett. Und fressen. Sehr schön. Wollen wir trinken? Da. Nichts gibt so ein stilles Wasser. Mit Geschmack. Jum. So. Mach ich irgendwas zum Einsamen noch da? Sieht nicht so aus. Ach, ich erinnere mich. Ich habe mich mit den zwei komischen Eis-Fuzzis rumgeklopft. Hm. Ich gebe mir meine Materialien. Ja. Gespeichert. Ich mache mir Sorgen, dass alle seine Anstrengungen umsonst sein könnten. Ich hoffe, wie... Ja. Ich habe nur ein bisschen geblattet. Auch nur ein Gegner. Äh... Kann ich ja gleich mal was nachgucken. Ich habe schon wieder Post. Was? Ich habe schon wieder Post. Anno. Ich war auf einer Mission mitgegangen. Er ist anmutig wie ein Schmetterling und sticht wie ein Wespe. Aber er hat ein Algami stets im Blick. Eine Sache noch. Er hat mich während des Kampfes ständig angesehen. Es war... Es stünde da ein Algami hinter mir. Oder so. Macht er sich etwas Sorgen um mich? Ich... 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 Kann wohl sein. So. 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 Ich habe immer noch weich heißen. So. Hm. Werde ich je irgendwie nochmal andere Waffen aufwerten können? Werde ich das je was schaffen? Ja, stimmt. Hm 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 hm. Eiskatana? Okay. Wen-äämm. 2h 114 ok harte mal Fähigkeit installiert, wir hatten noch was äh, erhöht den Blockbereich auch brauche ich nicht ok, sagen wir mir wieder mal voilà, mach ich das in der nächsten na na, hast du noch was? kann man damit ja schon das kommt jetzt persönlich aber glaubst du nicht, dass es schwer ist Arigami in die Falle zu fangen? äh, ist das? Nein, eigentlich nicht äh, was hast du dir jetzt ausgedacht? guter Ansatz, aber ich hab mir das nicht nur ausgedacht ich hab es auch gebaut ich will jetzt, äh, es ausbringen du wirst staunen, wenn du die Aktion siehst ok, großartig, los da kann man das da machen kann man die Nana schon mal ein bisschen weitermachen da da, na, super tolle neue Falle was sie so interessant an es sieht von außen vielleicht gewöhnlich aus doch es fällt schließlich die Innenwerte Agami lassen sich doch nicht von irgendeinem alten Fall hinter sich führen ich habe einen Köder verwendet damit sie ganz bestimmt drauf reinfallen wollen äh, sehr schlau Agami faschen gerne an bestimmten Orten also habe ich etwas Erde von diesen Orten gesaugt Erde? genau, das hat Lizka auch gesagt ich glaube es ist eine echt gute Idee ich muss einfach selbst ausprobieren da kommen ein paar Agami schnell ok in knapp einer Minute 30 mal sehen wie ich total ich glaube nicht töten kann so, den einen konnte ich schon mal auslösen hm auch nicht schon wieder so ein Plügebeest auch nicht schon wieder so ein Plügebeest na Insektenpower boah äh äh im Aufhören jetzt ja ihr seid doch bescheuert im Kopf hier äh ne ich muss mich mal heilen jo ey ey dann kam ja haben wir ja kannst du vergessen denn wir drücken auf Pause und das war es auch schon wieder mit dieser Frage ich sag wie immer zacko tschau bis zum nächsten Mal irgendwie bis auf kurz und schmerzlos Leute links auf auf der Säule die letzte Folge des Projekts rechts auf der Säule ein anderes Projekt schaut da mal rein und was Erik in den Schnabel hält ist mein Kanal lasst mir was da und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit ein Kanal den ich euch ganz herzlich will schaut da mal rein in dem Sinne zacko tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal